Schön, dass du da bist. In diesem Video geht es um das Thema Kryptowährung und ich werde versuchen, dir einige grundlegende Dinge zu diesem Thema zu vermitteln. Gleichzeitig werde ich dir im Verlaufe dieses Videos aufzeigen, wie auch du einen Zugang zu dieser Branche findest und zukünftig sogar davon profitieren wirst. Bei dem Thema Kryptowährung muss man wissen, es gibt Coins, die bereits an den Kryptobörsen gelistet sind. Auf der einen Seite gibt es die Big Player, wie z.B. den Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Dash, Litecoin etc. Und auf der anderen Seite gibt es kleine Coins, sozusagen die Underdogs oder auch Penny Stocks. Da muss man einfach wissen, es gibt natürlich ein sehr hohes Risiko und dennoch, wenn der Kurs von einem Cent auf zwei Cent hoch geht, hat man dementsprechend auch 100% Gewinn gemacht. Dann gibt es noch, was auch sehr spannend ist, die vorbörslichen Coins. Das sind Coins noch vor der Listung an den Kryptobörsen, also vor dem eigentlichen Handel. Man muss es verstehen wie eine Vorzugsaktie. Man erinnert sich gerne an die SAP-Zeiten zurück, als die Sekretärinnen Vorzugsaktien hätten erwerben können. Klar hatten diese eine gewisse Haltefrist und dennoch sind heute alle Sekretärinnen von SAP-Zeiten Millionärinnen. So muss man es sich vorstellen bei einem vorbörslichen Coin. Man erwirbt ihn einfach, bevor er an die Kryptobörse geht. Und ja, das ist Risiko gepaart mit maximaler Entwicklungschance. Dann gibt es noch die Gruppe von Menschen, die auch gern am Kryptomarkt partizipieren möchten, jedoch nicht voll auf Risiko gehen wollen. Sozusagen Bitcoin Lite. Für diese Zielgruppe ist das Mining das Richtige. Somit haben sie durch eine konstante Rechenleistung jeden Monat eine feste Menge an produzierten Coins. Unabhängig des eigentlichen Kurses. Die maximale Chance, den Deal des Lebens zu machen, entfällt hierbei allerdings. Ich persönlich bin ein Fan vorbörslicher Coins, die ganz explizit über eine eigene Community aufgebaut werden. Warum? Coins heute haben nur eine Daseinsberechtigung an der Kryptobörse. Wenn sie nicht als Spekulationsobjekt gehandelt werden wollen, wenn der Coin verwendet werden kann. Sozusagen der Coin muss massentauglich sein. Ein wirkliches Tauschmittel. Bringen einfach nur ein paar Nerds einen Coin auf dem Markt, hat er noch lange keine Verwendbarkeit. Solange er keine Verwendbarkeit hat, entsprechend keine Akzeptanz, wird auch niemals ein Wachstum entstehen. Jedoch ein Coin, gepaart mit einem Network, ist bereits vor dem Termin an der Kryptobörse in vielen Kontinenten und Ländern vertreten und wird durch eine stetig wachsende Anzahl der Community permanent weiter ausgebaut. Somit entsteht eine Akzeptanz des Coins, dadurch eine Verwendbarkeit und dementsprechend ist auch ein Wachstum gegeben. Mein Favorit dazu ist derzeit Platincoin. Platincoin ist bereits auf sechs Kontinenten vertreten und bereits in 124 Ländern aktiv. Mit einer Community mit mehr als 200.000 Menschen. Hast du eigentlich mitbekommen, was hier auf der Welt eigentlich gerade abgeht? Siehst du, wie viele Millionäre gerade überall entstehen? 2009 gab es auf der ganzen Welt circa acht Millionen Millionäre. Eine Zahl, die lange fast ewig unverändert blieb. Ab 2009 ging die Zahl schleichend nach oben, bis zu 2015. Von da ist die Zahl bis 2017 förmlich explodiert. Heute gibt es auf der Welt 17 Millionen Millionäre. 2009 waren es also acht Millionen und heute 17 Millionen Millionäre. Du fragst dich, wie das passieren konnte? Ich sage es dir. Wir befinden uns im Zeitalter der Kryptowährung. Du hast doch sicherlich von dem Wahnsinn von Bitcoin mitbekommen. 2009 ist der Bitcoin gestartet bei 10 Cent und wie jeder mittlerweile mitbekommen hat, steht er jetzt irgendwo an der Grenze ab 10.000 Euro aufwärts. Das ist grob abgerechnet eine Rendite von 10 Millionen Prozent. Ja genau 10 Millionen Prozent. Viele haben sich gefragt, ob der Bitcoin eine Eintagsfliege ist. Doch wenn du dir den Chart genau anschaust, es gibt seit dem Bitcoin weitere wie seit 2011 den Litecoin. Gestartet mit 4 Cent Stand Januar 180 Dollar. Das sind sage und schreibe 45.000 Prozent Rendite. Den Dash seit 2014 gestartet auch mit 4 Cent Stand Januar 800 Dollar. Das sind circa 100.000 Prozent. Und den Ethereum seit 2015 gestartet mit 2,83 Dollar. Stand Januar 2018 1.000 Dollar. Das sind ca. 35.000 Prozent. Und alle, ja wirklich alle sind im Preis ins Unfassbare gestiegen. Es gibt derzeit keinen Markt, der einen höheren Wertzuwachs darstellen kann, als der im Bereich der Kryptowährung. Ja und viele fragen sich, ob der Kryptowährungssektor sich für die Zukunft überhaupt auf dem Markt und in der Welt etablieren wird. Schauen wir uns doch mal die Marktkapitalisierung an. Sprich, wie viel Geld insgesamt in Kryptowährungen platziert ist. Derzeit sind auf CoinMarketCap 1099 Coins gelistet mit einer eigenen Blockchain, die eine Kapitalisierung nachweisen können. Was glaubst du, wie groß das Volumen in Dollar ist, was auf der ganzen Welt in Kryptowährungen investiert ist? Ich sag's dir. Es sind über 500 Milliarden Dollar. Du siehst, auch dieser Markt ist keine Eintagsfliege, sondern ein zukunftsträchtiger Markt. Und wer hier nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. So sagte auch schon Henry Ford. Meine Frage an dich. Hast du von diesem Kuchen bereits ein Stück abbekommen? Wenn nein, dann wird es Zeit. Es stellt sich ja nur die Frage, wie man an diesem wahnsinnigen großen Kryptomarkt direkt partizipieren kann. Wir haben für unseren Teil die Situation und den Markt mal genauer aus der Vogelperspektive betrachtet. Auf der einen Seite haben wir den Bitcoin, die Mutter. Die Mutter aller Kryptowährungen. Und auf der anderen Seite des Berges sozusagen das Gegengewicht reihen sich alle anderen Coins ein. Das heißt, jeder versucht aktuell besser zu sein als der Bitcoin. Da der Bitcoin jedoch der Picasso unter allen Coins ist, sozusagen ein Meisterwerk der Technologie, kann man gegen den Bitcoin als solches gar nicht ankommen. Aus der Vogelperspektive betrachtet, konnten wir also entspannt feststellen, was die entscheidenden Erfolgsfaktoren sind, um sich überhaupt auf dem Markt und in diesem Business langfristig etablieren zu können. Als erstes benötigt man eine Technologie. Eine Blockchain alleine reicht nicht aus. Jede Technologie braucht ein wirkliches USP, also ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Ein Coin quasi, auf dem man Bock hat. Als zweites braucht man eine funktionierende Community. Nur durch eine funktionierende Community haben wir auf der einen Seite die Akzeptanz und dadurch auf der anderen Seite überhaupt das Wachstum. Als drittes braucht man eine Infrastruktur. Infrastruktur bedeutet, man hat eine Verfügbarkeit und vor allem eine Verwendbarkeit des Coins, auch außerhalb der Community. Man muss echte Händlernetzwerke erschaffen. Als viertes zählt die Erschließung des Finanzmarktes. Die meisten Coins versuchen gegen die Banken anzukommen und geraten so in eine Konfrontation. Dabei ermöglichen Kooperationen mit Banken die flächendeckende Akzeptanz des jeweiligen Coins. Entsprechend war das Resümee für uns. Man darf nicht mit Bitcoin konkurrieren, sondern muss seinen eigenen Markt kreieren. Wie ist sowas umzusetzen? Ein Beispiel. Wir alle kennen die Geschichte von Red Bull. Die lebende Legende Dietrich Mateschitz. Mal unter uns. Red Bull ist doch auch nur ein Getränk. Nun meine Frage. Konkurriert Red Bull direkt mit Coca-Cola, mit Mineralwasser oder mit Kaffee? Nein. Obwohl es ein Getränk ist. Red Bull steht nicht direkt und unmittelbar in einem Konkurrenzkampf mit Coca-Cola. Denn Red Bull hat sich ganz gezielt einen eigenen Markt geschaffen, in dem es die Mutter der Energydrinks wurde. Und somit ist Red Bull in der Reihe der Getränke, in einem Spezialsegment der Energydrinks, die unangefochtene Nummer 1. Da Geschichte nicht neu geschrieben wird, sondern sich immer nur wiederholt, wussten wir nun aus der Vogelperspektive, was zu tun ist. Und Red Bull hat uns gezeigt, wie es geht. Dementsprechend haben wir als Platincoin uns einen eigenen Berg kreiert und sorgen parallel für unser eigenes Gegengewicht. Das heißt, unser erstes Gegengewicht ist unser Herzstück, das Technologiezentrum in der Schweiz in Zug. Wir haben zum Beispiel an einer Weltallrakete mitgewirkt und sind als Platincoin in den Weltraum mitgeflogen. Verdanken dürfen wir das unseren cleveren Köpfen im Team, die bisher und unter anderem drei Patentanträge eingereicht haben. Wir haben eine eigene Blockchain-Technologie, die weiter und stetig ausgebaut wird. Da wir den höchsten Sicherheitsansprüchen genügen wollen, haben wir ebenso ein eigenes Wallet, welches unserem Nutzer einen sicheren und entspannten Cointransfer ermöglicht. Ebenso sind wir Erfinder der sogenannten Securebox und haben diese bereits auch produziert. Somit können wir dort als Sicherungsinstrument die Coins auslagern, ähnlich wie beim Mining. Dementsprechend können wir unseren Kunden zusätzlich eine Vermehrung der Coins von 10% wie im Beispiel einer Dividendenzahlung pro Jahr ausschütten. Jede angeschlossene Securebox stellt zudem einen weiteren Knotenpunkt dar, was unsere Blockchain-Technologie verstärkt und stabilisiert. Die Community baut sich eigenständig auf und ist stetig am Wachsen. Mittlerweile ist die Community knapp 200.000 Menschen groß, wir sind auf sechs Kontinenten und in 124 Ländern vertreten. Das ist gesunder organischer Ausbau. Die Welt ist quasi offen. Um zusätzlich und unabhängig des Networks und der Exchange die Community zu vergrößern, haben wir einen eigenen Kryptomessenger erfunden. Einen wirklichen Messenger, der bereits über den App Store oder über den Google Play Store zum Download zur Verfügung steht. Diesen Messenger werden wir weiter pflegen, ausbauen und darin das Wallet integrieren. Wir kreieren eine eigene Social-Media-Plattform und implementieren darin den Messenger und das Wallet. Wie gesagt, die Welt ist absolut offen und die Grenze ist dort, wo deine Vorstellungskraft endet. Der dritte Punkt ist die Infrastruktur. Wir verfügen über eine eigene Akzeptanz durch Debitkarten. Das heißt, unsere Community kann in den meisten Ländern der Erde über Geld verfügen. Wir sind dabei, ein Händlernetzwerk aufzubauen und somit einen kompletten und weiteren unabhängigen Marktplatz zu erschließen, wodurch der Platincoin noch größere Akzeptanz und Verfügbarkeit erhält. Der vierte Bereich ist der Finanzmarkt. Wir haben bereits heute schon eine eigene Compliance implementiert. Wir erzeugen heute schon eine gesetzeskonforme Verifizierung mit aller höchsten Sicherheitsmerkmalen. Wir spielen mit absolut legalen Mitteln und sind mit den Kriterien bereits auf dem Niveau und Stand der Banken. Ebenso sind wir in die Konzeption weiterer Finanzprodukte involviert, um eben die Akzeptanz und die Verfügbarkeit des Platincoins noch weiter auszubauen. Umso mehr unabhängige und voneinander losgelöste Akzeptanzstellen wir erschaffen, umso höher ist die Verwendbarkeit. Umso höher die Verwendbarkeit, desto höher der Index. Schauen wir uns doch mal an, wie der eigene Chart von Platincoin aussieht. Wir sind gestartet 2016 bei einem internen Index in Höhe von 0,1. Aktuell stehen wir bei einem internen Index von 4. Mittlerweile sind wir in 124 Ländern vertreten, eine Community über 200.000 Menschen auf sechs Kontinenten. Um der Community nicht nur einen internen Wert zu bieten, arbeitet Platincoin seit Monaten mit vollem Einsatz an der Realisierung, den PLC an der Kryptobörse zu listen. Durch die Verfügbarkeit an der Kryptobörse ist der Platincoin ab dem 30.03.2018 frei auf dem Markt verkaufbar und kaufbar. Sozusagen ein weiterer Beweis dafür, dass Platincoin nicht nur hält, was es verspricht, sondern PLC gibt uns damit einen Vorgeschmack, was uns auf dieser gemeinsamen Reise noch erwartet. Die Fragen, die sich natürlich jetzt stellen sind, erstens, wie kannst nun du auch ein Teil dieser großartigen Community werden? Und zweitens, wie kannst du konkret an dieser einmaligen Marktschance partizipieren? Beide Wege führen zum Platincoin Network. Früher wurde Network Marketing noch groß belächelt. Heute ist es einer der größten Wirtschaftszweige auf der ganzen Welt. Die Network Branche boomt. Allein das Jahresumsatzvolumen beträgt über 183 Milliarden Dollar. Offiziell sind weltweit über 100 Millionen Partner im Network Marketing tätig. Und jedes Jahr entstehen unglaublich viele Millionäre in diesem Sektor. Die Frage ist natürlich hier, sind das nur Spinner, die Network Marketing für großartig befinden und das als einen der größten Unternehmenszweige der Welt sehen? Hören wir doch mal hin, was die Unternehmergrößen der Welt darüber denken. Robert Kiyosaki beispielsweise. Reiche Menschen suchen und bauen Netzwerke. Die restlichen suchen Arbeit. Donald Trump beispielsweise. Man mag von ihm halten, was man möchte. Ich persönlich bin auch kein großer Fan von ihm, aber dieses Statement hat mich doch beeindruckt. In einem Fernsehinterview wurde er einmal gefragt, Herr Trump, wenn Sie all Ihr Vermögen verlieren würden und ganz von vorne beginnen müssten, was würden Sie tun? Er antwortete, ich würde mir ein gutes Network Marketing Unternehmen suchen und dort einsteigen. Dann würde ich darüber mein Vermögen wieder aufbauen. Er erntete schallendes Gelächter und seine Reaktion darauf war und sehen Sie, deshalb sitzen Sie dort und ich hier. Ja oder hier mal zwei Beispiele aus der Politik. Bill Clinton, ehemaliger US-Präsident. Network Marketing vermittelt den Menschen die zentralen Werte und gibt ihnen die Chance, mehr aus ihrem Leben zu machen. Oder Tony Blair, ehemaliger Premierminister von Großbritannien. Network Marketing leistet einen wesentlichen Beitrag zum allgemeinen Wohlstand. Also die Zahlen lügen nicht und so viele clevere Köpfe können sich nicht irren. Die Frage ist nur, was wir tun müssen, um von diesem Kuchen etwas abzubekommen. Sprich, wie man mit uns aktiv Geld verdienen kann. Wir kombinieren hier Network und Blockchain. Die Aktivierung erfolgt über ein gekauftes Schulungspaket aus Fiat-Geld, also Euro. Mit diesem Paket hast du Anspruch auf die Online- und Offline-Akademie und du erhältst gemäß unserem internen Index Bonus-PLC. Ebenso bist du ab jetzt berechtigt, Provisionen zu erhalten und hast die Möglichkeit, Ränge und Bonifikationen zu erreichen. Welche Verdienstmöglichkeiten gibt es jetzt aber direkt für dich? Es gibt einmal die Direktprovisionen, das heißt, wenn du proaktiv dieses Geschäftsmodell weiter empfiehlst, erhältst du daraus eine direkte Provision. Als zweites gibt es unseren Rangbonus, das heißt, du hast Interesse, dich in diesem Business zu etablieren und auch auszubauen und erreichst dadurch höhere Positionen. Darauf erhältst du einen echten Cash-Bonus. Als Beispiel, die Position Diamond erhält 2000 Euro Rangbonus und der Platin-Diamond eine Million Euro Bonus zusätzlich zu der regulären Provision. Wenn du in den ersten Wochen sagst, mein Gott im Himmel ist Jahrmarkt, aber auf der Erde wird getanzt und ich möchte hier dabei sein und gibst Gas, erhältst du sogar noch einen Fahrstartbonus in den ersten 30 Tagen. Und zudem gibt es auch noch einen Starbonus aus allen elf Ebenen. Das heißt, wenn deine interne Community wächst und weiterhin Teammitglieder aufgebaut werden, in dem unser Geschäftsmodell empfohlen wird und deine Partner auch weiterempfehlen, partizipierst du direkt über elf Ebenen an diesen Geschäften. Unser Bonus-System ist absolut fair und lukrativ. Den benötigten USP haben wir ebenso und uns entsprechend einen eigenen Berg erschaffen. Die Ränge, die du einmal geschrieben hast, bleiben dir erhalten und müssen nicht, wie so oft, bestätigt werden. Die Provisionen werden folgendermaßen ausgezahlt. 70 Prozent deiner verdienten Provisionen landet direkt in deinem Cash-Account, aus dem du dir direkt auf externe Zahlungssysteme oder Konten deine Provisionen auszahlen kannst. Du kannst natürlich auch mit diesem Geld jederzeit weitere Pakete oder Tickets erwerben. 30 Prozent laufen direkt in deinen Trading-Account, dem T-Cash. Damit kannst du dir weitere Pakete kaufen und somit dein Wissen durch die Schulungspakete und den Bonus-PLC-Bestand erhöhen. Schauen wir uns den Rangbonus an. Der Rangbonus bedeutet, du erhältst zusätzlich zu deiner bisher schon fairen Provision einen weiteren Bonus, wenn du den nächsten Rang erreichst. Nehmen wir zum Beispiel, ja, der erste Schritt, das Big Picture, Diamond. Als Diamond erhältst du zusätzlich zu deiner Provision 2000 Euro Rangbonus. Und das große Ziel, also das Big Picture, ist es bei Platin Coin, Platin Diamond zu werden. Als Platin Diamond erhältst du zusätzlich zu der Mega-Provision einen Rangbonus in Höhe von einer Million Euro. Um das Network und die Community weiter zu unterstützen, gibt es einen Star-Bonus, der dich berechtigt, an allen elf Ebenen mitzupartizipieren. Für jeden ist der Star-Club ein absolutes Highlight, in welchem sich die Elite trifft. Mit dieser Elite erleben wir mit den Star-Reisen Großartiges, Exklusives und vor allem Unvergessliches. Platin Coin hat interne Wettbewerbe, in dem die Besten der Welt mit uns gemeinsam die tollsten Plätze dieser Erde besuchen, bereisen und auch erleben. Wenn dir, wie auch mir, dieses Business gefällt und auch du ein Teil dieser Community werden willst, sage ich dir, was es ab heute für dich zu tun gilt, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Einverstanden? Erstens, nutze das Produkt. Zweitens, empfehle die Geschäftsidee. Und drittens, dein Big Picture Diamond werden. Was gilt es also ab heute zu tun, um Diamond zu werden? Der Weg zum Diamond und die ersten zwei Sterne, um die ersten vier Ebenen aufzumachen, sind folgendermaßen. Wir empfehlen fünf weiteren Personen diese Geschäftsidee. Warum spreche ich von wir? Mein Führungsstil ist Führen durch Vorführen. Das heißt, ich helfe dir, diese fünf Partner aufzubauen. Und rate, was bringen wir gemeinsam dann diesen fünf Personen bei? Genau, dasselbe. Erstens, nutze das Produkt. Zweitens, empfehle die Geschäftsidee. Und drittens, dein Big Picture Diamond werden. Wir unterstützen und helfen deinen direkten Partnern, das umzusetzen und entsprechend auch fünf Firstliner aufzubauen. Denn wir zwei, also du, hast es ja vorgemacht. Und was einmal geht, geht auch einmal ein zweites Mal. Automatisch hilft und unterstützt deine Firstline, ihre Downline in der Einarbeitung und Umsetzung. Und zack, du hast dich dupliziert. Daraus produzierst du mindestens zwei Rubis beim Gesamtumsatz aus allen elf Ebenen in Höhe von 100.000 Euro. Und dann bist du Diamond, gehörst bereits zur Elite und bist eine tragende Säule des Unternehmens. Du erhältst einen Rangbonus in Höhe von 2000 Euro on top zu deiner Provision. Und jetzt meine Frage unter uns beiden. Wer sind die fünf, die dich auf deiner Reise begleiten sollen? Ja und damit wir keine Zeit verschwenden, klicke jetzt auf den Link unter dem Video und melde dich kostenlos bei Platincoin an. Anschließend vereinbare umgehend einen Telefontermin mit mir. Meine Nummer findest du ebenfalls unter diesem Video. Und dann lasse uns sofort damit beginnen, dein Big Picture Diamond werden umzusetzen. Mit den besten Grüßen, Heiko Frieberg.